Herr Kreml, hier ist gerade ein schwerer Verkehrsunfall passiert und lustenau ist ein Auto umgekippt. Was genau haben Sie hier vorgefunden? Bei unserem Eintreffen lag das Fahrzeug auf der Seite. Die Person befand sich noch im Fahrzeug. Keinerin, laut Rettung, ist die Person nahezu unverletzt. Und die Aufgabe bestand darin, das Auto wieder in die wahrechte Position zu bringen und so die Person auf dem Fahrzeug zu bergen. Mit wie vielen Mann waren Sie vor Ort? Mit 25 Mann und vier Fahrzeiten.